Bei meiner Sommertour unter dem Motto Wohlstand mit allen geht es um die Frage, wie sichern wir eigentlich den Wohlstand, den wir haben, denn wir sind als Deutschland ein starker Wirtschaftsstandort. Wie schaffen wir es mitzuspielen, wenn es darum geht, wo der Wohlstand der Zukunft entsteht, also zum Beispiel durch neue Technologien und Innovationen und wie sorgen wir dafür, dass es dabei gerecht zugeht, also die Menschen, die in Wohlstand arbeiten, die Arbeiter, die Beschäftigten auch wirklich davon profitieren. Wofür ist denn so ein Helm überhaupt gut? Der schützt deinen Kopf. Wenn du mal hinfällst, dann geht dein Kopf nicht kaputt.